Autisten finden Menschen oft rätselhaft. Meistens ist es so, dass die anderen Menschen für Menschen aus dem Autismus-Spektrum ein Stück weit rätselhaft sind, weil sie eben die intuitiven Verhaltensweisen, die eben nicht Autisten mitbringen, nicht nachvollziehen können. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass sie gar nicht nachvollziehen können, warum andere über einen bestimmten Witz lachen, weil sie den selber gar nicht als witzig empfinden. Oder aber, dass sie sich wundern, warum andere Menschen Sprache so unkonkret nutzen und nicht ganz genau das sagen, was sie auch eigentlich wollen. Tatsächlich hat es da auch schon Studien zugegeben, die genau das gezeigt haben, dass sich Menschen, die sich alle im Autismus-Spektrum befinden, besser untereinander verstehen. Und das kann ich auch aus dem klinischen Alltag bestätigen. Das berichten mir unsere Patienten häufig, dass sie mit anderen Menschen aus dem Autismus-Spektrum befreundet sind. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit nachvollziehbarer, weil sie ja einfach die gemeinsame Welt sich sozusagen und die Art der Wahrnehmung teilen. Und das macht es natürlich leichter. Ein wichtiges Missverständnis ist, dass man Autisten immer für grundsätzlich unempathisch hält. Es ist aber häufig so, dass sie natürlich mitfühlen können. Einfach nur, also das Problem liegt aber einfach an der Schnittstelle, dass sie oft nicht erkennen, wie es den anderen Personen geht. Wenn man das denen aber mitteilt, dann ist es schon so, dass sie auch mitfühlend reagieren können. Ein weiterer Mythos ist, dass alle Menschen mit einem Autismus irgendeine Hochbegabung haben und zum Beispiel Mathe-Genies sein. Auch das ist nicht der Fall. Genau, Intelligenzverteilung beim Autismus ist wie auch in der Normalbevölkerung und nicht jeder hat irgendein ganz ungewöhnliches Talent. Das ist nicht der Fall.